Da sind wir wieder aus der Hermannstraße 141, hier noch eine zwölfseitige Epiphon-Texan, Modell-Texan aus unserem Fundus. Ja, also der Sound. Ein ganz ton tiefer gestimmt, aber ganz brauchbar flache Seitenlage und hat natürlich Spuren der Zeit, geschraubter Hals, typisch für die Zeit, aber klanglich sehr ordentlich. Und schaut mal vorbei und probiert sie aus, Singer-Songwriter, Hermannstraße 141, kommt vorbei.